Ich wähl mich durchs Menü, doch es geschah noch nie, dass ich verbunden wurde mit einem Amt. Mein Handy hat nirgends ne Anrufsfunktion, was nützt der schönste Klingelton? Jetzt nimm doch mal die Maske ab, ich würd' dich gerne sehen. Ich muss es endlich wissen, bist du hässlich oder schön? Und hast du einen Honigmund und Augen wie Rubin? Dann küsse ich deine Lippen bunt, damit sie nicht verblühen. Aus dem Rüssel tönen Dinge, so als ob sie etwas spricht, doch so sehr ich mich auch zwinge, ich versteh sie einfach nicht. Heute Nacht hab' ich Besuch von einer Dame. Sie verschwand noch vor dem ersten Tageslicht. Moment mal, Moment mal, Jungs. Das Roland Kühneser Nordorchester und ich, wir wünschen euch ein Prosit Neujahr! Dankeschön meine Herren! Dankeschön! Dankeschön! Nachtisch Kapitel